einzig was bei uns wie echt mangel ist holz ja ich glaube wir müssen mehr treibnetze bauen viele treibnetze damit wir den ganzen kack halt auch so irgendwann immer währenddessen bekommen damit ich dann einfach sammelt während wir irgendwas machen links ist mein bett und ich spiele nicht mit so morts wird es von mir und die kiste ist meine also pack ich so von mir so ein paar sachen rein warte warte höre ich hier getrennte betten das ist der anfang vom ende das ist der anfang vom ende ja ich habe angst alleine zu schlafen nein alles gut ich kann doch nur die truhe meine güte dann ist gut ich hatte schon angst voll geil man muss nicht ins wasser man kann einfach von insel hierhin wartet mal nach hier ich pack noch mal ananas und mango hier rein irgendwann kann man so richtig schön früchte kompott machen da habe ich lust drauf ich auch hier bist du fertig mit der insel wo waren die muschel die muscheln drin ich glaube in der kiste ja hier ja die mangosamen packe ich auch mal hinten hin sind ja samen nebis ich bin noch lange nicht fertig ich habe nur ganz viel im wasser daheim ist jetzt aber auch wieder da sein lol hat er mich jetzt einfach nicht getroffen obwohl ich hier nur still stand ich mache den high einfach wieder tot das ding ist halt ich finde das bond zu schnell immer wieder das ist einfach immer zu aggro immer am fluss bond immer sofort wieder nach bisschen too much wo ist er ja legt er sich mit menschen an alter das ist ein fehler menschen anzulegen du du mal viermal sogar erwischt ja mittlerweile erwischt den sogar viermal pro attacke läuft und wieder tot ich habe da nicht mehr genug platz für wo denn wo denn was ist das so über mir wo willst du ach da ich kann einen so ein blatt wegtun ok hab schon sorry aber seetank konnte ich auch nicht mehr aufnehmen jetzt gerade habe ich habe ich habe ich okay nice 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 also ich muss was essen immer ein bisschen mitnehmen ja hier ist richtig viel so metall erd sand ton richtig richtig viel ach scheiße hier wieder eine möwe irgendwo rum nagen ja habe ich getötet eigentlich kann es auch fast egal sein ja okay kann muss nicht ich meine solange wir nur palm anpflanzen zumindest aber ja wir brauchen auch früchte für einen früchteeintopf ne kann ich ignorieren ja ist so ugi ne ist so alter was ein dummes vieh oh hier liegt ne box da kann ich wahrscheinlich sehr viel nicht aufnehmen jetzt ja dann komm ich doch alles gut aber alles was ich hatte auch dabei oh nice scharniere nägel planken wer sich mit menschen anlegt der hat halt verloren ne aber du hast halt auch verloren wenn du dich nicht mit menschen anlegst dann kommen nur fünf planken da raus ey so nervig nur fünf gehen wieder drauf für den grill immer sammeln und dann sind die instant wieder weg ey ist immer das beste ich fahr dann los ja okay ich dachte wir sind survival buddies bist du immer so gemein zu deinen mitmenschen na klar immer hast du denn auch mal hier gesammelt oder was nee ich hab hier mich ums essen gekümmert ah ja okay dann seid ihr verziehen das ist auch gut ja rapsch 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 haifisch essen ich angele ein bisschen schon wieder neuen haken jo die ganze zeit muss man immer was bauen 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 das machen das bauen das machen das bauen okay bist du fertig mit der insel yes glaub schon ich hab noch nicht auf der anderen seite geguckt aber ist jetzt auch egal segelsetzen womit erfrischt du dich water wir haben wieder geflügel nee bock auf geflügel mehr kein bock mehr kein hunger auf flügel ich mag lachs aber du kannst dich ja nicht immer nur einseitig ernähren hä das geht auch nicht hikri ich mach ne fischsuppe gleich yay fischsuppe boah bunt barsch wir brauchen sogar noch mal ne neue werkzeugkiste hier moment wir haben doch hier noch so ne leere gehabt ne ne doch nicht warte mal das macht keinen sinn hier also brauchen eine kartoffel eine rübe ein herring und eine sehbarsch haste ja eine sehbarsch okay ich brauch hier noch mal eine truhe hin weil wir haben ganz schön viel von diesen äh sachen zum bauen okay neben dem forschungstisch hikari ja alles mögliche wird mit ärzen zu tun du kannst immer übrigens mit shift links klick kannst du alles reinlegen du kannst halt einfach an der kiste gehen auf alles shift links klick drücken dann packt er rein was maximum geht und wenn dann voll bist dann gehst du zur anderen kiste und machst dasselbe okay gehen am schnellsten an an kiste eingeholt ja okay yes boah ey geil alles voll leute alles voll ist ja ein tolles gefühl noch eine planke die weil ich mal für sich was reparieren muss ähm weil ich kein rust sock vitali ich bin nicht so der fan von rust ehrlich gesagt oh ich hab da noch nie gespielt weil irgendwie keine ahnung nicht so bock drauf gehabt so ich baue jetzt mehr netze so ich baue jetzt mehr netze so ich baue jetzt mehr netze okay okay planken ey ich hab keinen planken ach schuld mach ich das ne ich hab auch nie planken okay das essen was wir jetzt haben muss erstmal ein bisschen reichen dann machen wir jetzt hier auch keine anderen sachen mehr ich fahre jetzt noch planken leider fahren wir immer planken nie einen anderen scheiß ich glaub der haie der kommt jetzt zum angriff ne ne doch nicht okay ich baue unsere netze jetzt einfach äh so quer rein du kannst nicht zufällig ah ne hier ist ja ein blatt ein blatt hätte ich noch gebraucht gib das kann ich dir sonst geben ich hab genug blätter ja jetzt gerade ging es okay oh gut oh gut warte mal immer schön oh hi oh nein unser netz oh ich hab ihn noch einmal gewischt achso ich dachte er grad schon wieder an ey oder hi ja wir haben bei fallgeist immer wetten halt so äh mit community punkten kannst du wetten wer gewinnt und wenn du richtig liegst dann kriegst du halt meistens noch einige tausende plus okay ich mach jetzt einfach random hier mal so ein brett kaputt und baue da ein segel ein ding ins rein oder ja warte mal jetzt mal oh oh ah scheiße was denn ach darauf hab ich gar nicht geaimt ich wollte das andere was hast du hier gemacht äh da baue ich jetzt ein netzding rein ah ok da kann man ja auch einfach drüber laufen da haben wir in verschiedenen ecken so ein netzding ist echt gut ich sterbe nicht hallo ich schaffe den heiz zu besiegen mit meiner ganzen macht geht nicht so weit geht nicht so weit wir brauchen noch mehr sammel netze wir brauchen noch mehr sammel netze irgendwie müssen voll mit sammel netzen sein damit wir alles möglich hier mal mitnehmen boah wie kann man denn jetzt am schnellsten planken hier rausbekommen überall oh fuck ich hab noch zwei sammel netze ich hab noch zwei sauber zwei sogar kannst du gerne platzieren hier bitteschön sauber ok ich glaub ich pack noch einen hier rein unser unser fadenmast geht nicht weg wenn ich hier ein ding kaputt mach ne ui das weiß ich nicht oder hat die auch noch auf anderen steht ich auch nicht oder sollen wir da woanders hin platzieren oder ich mach den teppich hier weg ja genau mach mal kannst du ja wieder drauf ach ne dann kann man nicht mehr guck mal ob man da trotzdem drauflegen kann und man das dann noch sieht mach ja fang ich mit rein hier so ach direkt ne planke gefunden super dubi dubi innen drin kann er Heidi auch nicht zerfressen das stimmt wo habe ich schon den neuen naja den neuen baum habe ich schon fertig gemacht das ist gut dumm da dumm da dumm dumm nein ich hoffe dass wir jetzt so mit der zeit halt voll viele planken kriegen toll toll super toll erstmal muss leider unser fluss glaube ich praktisch werden bevor wir das richtig schön machen können ja das stimmt ey doktor memento danke für die zwei vielen dank man vielen dank für den support mein freund danke dir ui danke danke äh trinken trinken wo ist trinken da trinken 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 eine suppe braucht ihr ganz schön ach so wie konntest du die suppe jetzt einfach nehmen du musst dir ja halt ne diese schüssel in der hand nehmen ah die schüssel na ich kriege mal ein bisschen high wieder high immer gut hä oh shit komm mit nein er greift wieder unser netz an warum unser netz du scheiße stück kacke alter reparatur reparatur machst du das reparatur okay höh ah nervt mich der typ nervt mich der typ nervt mich der typ mich auch da hinten ist ne insel waren wir das schon weiß ich nicht keine insel boah hier kommen drei kisten an die curry okay das ist richtig ne ich suche schön gönnen haben wir gleich noch ein netz wei wei alter was oha was hier alles drin war warte alter viermal kunststoff in dem einen okay ich mach jetzt mal hier kaputt ich hoffe dass ich nichts kaputt mache ey voll angst puh Glück gehabt oi 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 risky risky ja ich glaube solange das halt auf mehreren dingern steht geht das ne nur wenn es nur noch auf einem steht und der geht kaputt dann also wenn das zum Beispiel auf zwei steht dann kannst du glaube ich einen kaputt machen ja okay schau 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 ich mach mal ne neue soppe Ich kümmere mich jetzt um Netze. Ich mache jetzt unser ganzes Raft einfach zu einem Netzboden. Höre ich da das liebliche Kochen einer Suppe? Ja. Geil. Gemüse Suppe. Ich bin dir. Gemüse Suppe. Geh mir. Holz. So. Was brauche ich wieder? Ich kann wieder ein Sammelnetz machen. Perfekt ey. Ich brauche nur nochmal Swipe Letter. Auf geht's. Scheiße. Ich wollte eigentlich das andere aufmachen. Ah. Ich bin gefangen und er werde ertrinken. Ah hier. Mach doch keinen Scheiß so. Nein. So. So langsam aber sicher sind wir gut ausgestattet mit Netzen. Wie viele Items passen in so einen Netz-Slot? Äh. Weiß ich nicht. Ich mach noch mehr. Klaus Kinski. Ey. Ich kann doch nicht immer ragen in jedem Game. Ist doch immer schön, weil ich was entspanntes machen kann. Für mich auf jeden Fall. Oh, wir steuern genau auf eine Insel zu. Perfekt. Das ist wirklich perfekt. Na, scheiße. Kannst du mir noch ein paar Blätter geben zufällig? Ja, ja, ja. Perfekt ey. Perfekt. Bitte, bitte. Nice. Kann ich ein neues Sammeln jetzt machen. Mein Herr, die Suppe ist fertig. Kannst du dir gönnen. Ich bin noch satt. Boah, wie weit fliegt das? So, jetzt mach ich die nächste hier hin. Siehst du schon die Insel? Oh, yay. Weil die sieht sogar gut begehbar aus. Nicht so komische hohe Berge einfach nur. Chad, wisst ihr? Der Hai! Chad, wisst ihr, was das Maximum ist? Was so ein Netz halten kann? Nein. Noch nicht, leider. Noch nicht. Ist das Netz irgendwann halt voll und dann geht das nächste nur noch... Die nächsten Items, die kommen nur noch durch. Auf geht's, ab geht's. Drei Tage roughed. Hast du aus meiner Kiste was genommen? Du hast aus meiner Kiste was genommen. Du hast meine Blumen so rausgenommen. Nein, hab ich nicht. Und bei dir reingemacht. Doch! Ach so. Hast du! Hast du! Ja, aber nur damit das geordneter ist. Mir geht's nur um die Ordnung. Ich will deine Blumen nicht. Ey, aber das ist meine Kiste. Das ist meine Kiste. Hast du! Hier geht's um Zucht und Ordnung. Okay? Okay? Mannu. So, jetzt sind wir... Jetzt haben wir doch gute Netze hier, oder? Das sollte doch erstmal ganz okay sein. Hoffe ich. Ja, dann, äh, auf die... Was willst du jetzt hier noch machen? Äh, ich hole jetzt Planken und dann hole ich diese ganzen Metalle und... Okay. Also halt alles, was wir immer so brauchen. Ich hau nochmal dem Hai eine rein. Okay, super. Dann hau ich selber eine rein. Ja, das mach ich. Und deinen Freunden auch. Und die nach dir kommen, die auch. Alle. Hallo. So, ich habe wieder, äh, Palmsamen. Das ist gut. Die brauchen wir. Die Mango verliere ich. Will ich die Mango? Scheiß auf die Mango. Hier sind noch Ananas. Ananasfrukte. Willst du Anernas? Ja. Eine Anernas? Ja. Dann können wir das nicht mitnehmen. Ich bringe mit eine Anernas. Möchtest du auch noch eine Meloni? Okay. Boah, hier sind vier Planken. Un momento. Hier ist auf jeden Fall gleich auch noch Gutwort von Erz und so. Oh. Hat der dich angegriffen? Ja, ich habe den nicht gesehen. Ich hatte eine Axt in der Hand. Ob das auch mit der Axt geht? Vermutlich nicht so. Aber immer dieser komische Sound, wenn wir so untergehen leicht. Ist das bei dir auch so? Ähm, nee. Glaub nicht. Weird. Ich tue mal Melone hier rein. Können wir einen guten Frühstückkompott auch noch mal machen demnächst. Oh, da freue ich mich ja schon drauf, ne? Da freue ich mich ja schon drauf. Oh, Anernas habe ich ja auch noch. Bist du fertig mit der Insel? Nee, ne? Ich habe viele Planken, Hikari. 50. Ja, kannst du bitte meinen Topf füllen? Äh, ja. Dankeschön. Wow, wie viele passen denn da drauf? Ich weiß es nicht. 4, 5, 5? Ja. Hatten wir keine Planken in diesem Netz? Gehen wir weiter? Äh, Hikari, wir haben hier noch ganz viele Erze und die brauchen wir auch. Okay. Also so blöd das auch ist, die zu sammeln. Aber den ganzen Scheiß brauchen wir halt leider auch. Okay, ich komme mit. Go. Denk dran, dass hier noch ein böser Hai ist. Oh, oh. Demnächst machen wir einfach mal einen Hai-Köder. Dann ist er auch eine Zeit lang beschäftigt. Oh, er ist wieder tot. Gönnung. Nice, Sue. Hört mal zu, Aynod. One-Hit. Ich bin einfach stark. Ich one-hitte so einen großen weißen. Nimm auch Muscheln mit, wenn du findest, weil angeblich brauchen wir ja später irgendwann auch noch Muscheln. Okay, für was denn? Keine Ahnung. Aber damit wir irgendwann nicht denken, scheiße, jetzt müssen wir Muscheln suchen, sondern die schon auf Reserve haben. Ich glaube, sieben, sechs, sieben Stück haben wir ja schon. Nope. Ah, ist das schön friedlich hier. Ja. Und den doofen Hai. Ich glaube, auf der anderen Rückseite ist nicht wirklich was zum Sammeln. Also, ich habe ein bisschen Erze gefunden. Ja, ich habe hier auch noch ein bisschen was. Ja, ja, gut. Wenn wir uns entgegenkommen, dann sollten wir eigentlich alles haben gleich. Hier sind noch Steine. Ja, Steine habe ich jetzt irgendwie einfach ignoriert, weil davon haben wir jetzt... Ich meine, vielleicht brauchen wir die später nochmal, aber ich habe jetzt keinen Bock, so fünf Gästen mit Steinen zu füllen. Nee, hier sind überall noch Steine. Okay. 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 Paratrooper, Moinsen, du Landratte. Ich muss jetzt noch zu Hause was essen und trinken. Oh, hier liegt noch ein bisschen Ton, nämlich noch mit. Und Schrott. So, noch ein bisschen Kuppa. Copper, Copper, Copper. So. Nice, fertig. Gut, ich bin voll hungrig. Wir haben viel zu viele Haifischköpfe jetzt. Ich weiß gar nicht, wohin mit der ganzen Kacke. Okay, Carrie, ich tue jetzt in meine Box die Haifischköpfe. Ist das okay? Jo. Ja, ist okay. Lass du machen. Die Federn packe ich auch mal hier rein, wie die anderen sind. Wir haben richtig viel Zeug davon jetzt. Voll nice. Ich bin schon ab und zu hier an Erz machen. That is nice. Okay, die Frage ist jetzt. Planken, aber ich brauche Planken. Sollen wir uns mehr, ähm, Dinger für Palmen bauen? Hast du drei Planken für mich? Benito, moinsen, moinsen. Äh, ja, 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 klar. Hier, nimm so, kannst du sogar sechs haben. Ich hab voll viele. Dankeschön. Dann kann ich mir nämlich wieder einen Haken machen. Da kann ich meine Coat. Ey, wenn ich jetzt sowas entferne mit einer Palme drin, ist die Palme dann kaputt? Oder kann ich die, äh, woanders hinstellen und die Palme bleibt drin? Weißt du das? Wie bitte? Hey, way not nice. Ey, wenn ich hier so eine, so was nehme, ne? Das hier mit den Palmen drin. Und woanders hinstelle danach. Ist die Palme dann immer noch da drin? Oder ist die weg? Das weiß ich nicht. Vielleicht erst mal abbauen, die Palme, und dann? Ja. Ich würd nämlich, äh, so Bereiche bauen. Weißt du, so einen, so ein Teil, wo wir alles zum Kochen machen? Einen, so ein Teil mit den Bäumen? Einen, so ein Teil mit Essen und Wasser und so? Ja. Ich mach natürlich noch ein paar Planken, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Der Water Purifier ist zum Beispiel ganz gut, wenn man den einfach in der Nähe vom Wasser lässt, muss man weniger laufen. Warte mal, ich teste das mal hier mit, ob das Wasser hier drin bleibt. Okay, ne, ist weg. Ach, deine Box ist jetzt die linke von, äh, ja? Mir egal, du darfst das gerne anders anordnen, wenn du möchtest. Ich hab gesagt, meins ist rechts vom Anker. Okay, 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 Carrie, es tut mir leid. Ey. Tut mir wirklich leid. Bitte verzeih mir noch einmal. Beide verziehen. Okay, ich könnte noch mehr Sammeln, jetzt zu machen, nur will ich das. Okay, machen wir das weiter, ne? Was war das? Hm? Ist dir gerade runtergefallen. Auf geht's, ab geht's, drei Tage wach. Nein, nicht erwischt. Mein Aiming suckt rein heute in Raft. Okay, jetzt hoffen wir mal, dass unsere Netze so langsam auch was bringen. Oh ja. Ich denk schon. Ja, bestimmt. Boah, ich mach die Netze jetzt nur noch in. Die sind zu teuer. Wenn du Scheiß-Heidi kaputt machst, ist das voll nervig. Ich könnte noch ein Netz hier hinbauen. Okay. Oh. Wollte der Schlingel mich fressen? Wollte der dich fressen, ja? Ja, Mann. Sau. Was ein Schlingel? Soll ich einfach mal so ein paar Dinger hier drumbauen und dann hoffen, dass der Hai nicht unsere Netze trifft? Ja. Keine Ahnung, ob der von diagonal auch anbeißt. I don't know. Nee, ich glaube eher nicht, oder? Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Oh, ist das schön. Kann man ein paar Mal in die Netze ablaufen und dann hat man ein paar Planken. Geht ganz gut. Ja, ist voll nice. Okay, ich glaube ich baue jetzt nochmal so ein Palm-Ding. Äh, wo haben wir den Scheiß? Oh. Oh. Du Stück Scheiße. Und was ist hier direkt auch wieder? Ich höre doch schon wieder hier so ein Vieh. Ja. Nice. Lass die einfach da liegen. Das ist eine Behandlung für die anderen. Ja, stimmt. Die düngt ja auch, wenn die da drin vergammelt, weißt du? Das ist guter biologischer Dünger. Eigentlich sollten wir an der Vogelscheuche einfach oben so ein Ding hängen. Hier so ein Vogel, so eine scheiß Möwe. Oha. Ja, Longstar, das stimmt wirklich. Ist die Frage, ob man die Mod runterlädt. Ey, Kari. Mhm. Es gibt eine Mod, dass der Hai nicht mehr das Floß anknabbert. Wollen wir die installieren oder nicht? Nee. Nee? Ist ja voll boring. Okay. Ich finde den Hai voll nervig. Ja, ich auch. Aber irgendwo ist ja dieses, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Jetzt auch nicht der Reiz. Ja, genau. Du kriegst den Reiz, dass der das anknabbert. Das ist halt so, was macht darin Spaß, wenn es so einfach ist? Okay. Ich finde das halt nicht schwierig, nur nervig. Aber Hikari, das ist auch okay. Das ist vollkommen okay. Von mir aus alles gut. Soll ich nochmal hier? Ja, ich baue nochmal hier. Wohin? Das ist doch gleich ein Mod runterladen, wo so ein Raft hier schon fertig ist. Ja, möchte ich auch. Ich möchte es selber bauen mit unendlichem Material. Warte mal, brauche ich das hier in oder hier? Nee, hier lieber ein bisschen in. Kann man die Samen vom Inventar aus irgendwie direkt in die Hand nehmen? Oh, hier ist ja schon wieder eine Möwe. War doch keine Warnung. Okay. Hast du jetzt Geflügel auch genommen? Ey, hier gibt es übrigens eine Box mit den... Hier, ne? Hier sind die ganzen Federn drin. Wo auch die Muscheln sind... Es gibt auch so verstärkte Böden, ne? Aber ich weiß nicht mehr, wo. Oh, vielleicht haben wir die noch nicht. So, was ist denn jetzt, wenn wir hier Wände bauen? Dann greift er trotzdem an und das ist dann nervig. Ey, voll doof dann. Wie sollen wir den dann angreifen? Ey, da ist irgendwas mit einer Flagge? Oh! Was ist das? Nice, ne geile Insel. Da gibt's bestimmt was Geiles. Sauberst. Wir haben erstmal nochmal einen neuen Sperr hier. Oder ist das so ein Dingsbums? Ne, oder? Hast du Höhne nie gesehen. I don't really know. Wir werden's sehen. Was? Ach, du bist reingefallen? Oh nein, ich kann nicht mehr hoch. Nein, das war meine. Oh Mann. Hä? Ach so, ich wusste gar nicht, wo du bist. Ich hör mir auf einmal nur schreien, ey. Oh Mann, oh, den wollte ich einsammeln. Und dann hat mich das Wasser hier vom Ruff drunter geschmissen. Alter, das ist eine Rieseninsel. Yes. Man kann zumindest irgendwie so Tiere und so ausrotten, ja. Hikari, guck mal. Oh, du hast... Lol, nice. Metallpfeilen. Nice so. Guck mal, ob wir da ein bisschen kolonisieren können. Hey, da hei, da hei, da hei. Wo? Ah. Töte ihn. Weiter ran. Auf geht's, ihr Landrodden. Oh, mein Abenteuerertrieb ist geweckt. Ich komm mit, ich komm nicht mit. Ich komm nicht mit. Guck mal hier. Oh mein Gott. Da ist eine Mütze drin. Eine Kapitänsmütze. Oh mein Gott. Und ein Radio und Funkgerät. Hast du die Mütze eingesammelt? Ne, du, ne? Ja, ich hab sie eingesammelt. Okay. Funkgerät, nimm ich mit. Ja, nimm alles mit. Nimm alles mit. Nimm alles mit. Planker. Ich hab alles eingesammelt. Wir müssen mal gucken, was uns das bringt. Ich glaub, wenn wir so gewisse Sachen öfter viele finden, dann können wir irgendwie was Neues bauen oder so. Hier ist noch eine Waschmaschine. Eine Waschmaschine? Nein, das ist einfach nur so ein Ding. Wow. Mein Kapitän. Mein Kapitän. Die Insel ist einmalig in Raft. Einmalig? Yes. Wow. Das sind Steine? Ja. Na gut, ich mein, es ist nur eine Frage der Zeit, bis man was dann findet, ne? Toll, toll, super toll. Da ist noch unten eine Kiste versteckt. Oh, gönn dir. Wie komm ich da hin? Mach schon, wie du wüsst. Der Drunken Sailor fanglulweng fest. Ah, hier. Ey, Tinschi. Danke, die 18. Danke für die 18, Mann. Scharniere. Und Metallspeer. Lol. Einmal eine Metallspeer. Hab ich mir gerade noch gemacht. What shall we do with the drunken Sailor early in the morning? Hooray, and up she rises. Okay, du musst eigentlich auch noch mal ein bisschen Piratenlieder singen, irgendwie. Okay. Ich bin ganz enttäuscht, das. Ich will kein Singen. Ich will mal ein bisschen so geben. Frau an Bord ist ja eigentlich, sagt man auch, äh, unglücksbringend, ne? Hä? Was ist das denn? Was denn, was denn, was denn? What the fuck? Komm, so ein Glubschifisch. Kann ich ihn töten? Wo denn? Voll, mich so ein Glubschifisch. Greift der mich an? Der verfolgt mich. Komm, ich kann mich schnell. Wo bist du? Wo bist du? Vom Fluss links, vom Fluss links. Ich weiß nicht, ob ich den töten soll oder ob wir den lieber einfangen. Ja, weiter, 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 weiter. Fluss links um die Richtung des Schiffers. Ah, shit. Komm, der ist voll süß. Der sieht aber auch irgendwie bekloppt aus. Der ist bekloppt und süß. Ich weiß nicht, ob ich den töten soll oder ob wir den fangen können. Nein, nein, nein. Warte, warte, warte. Der schmeckt bestimmt lecker. Oh mein Gott, der ist wirklich süß. Ew, der sieht... Ew, ew. Vorsichtig. Ah! Oh! Na toll, ich sterbe. Und ich habe die ganzen Sachen eingesammelt. Was muss ich machen? Ich weiß nicht. Was ist das denn für ein giftiger Giftzwerg? Oh Gott, ich habe es überlebt. Ja? Der war ein Vieh, Alter. Oh mein Gott. Oh, ich dachte, das Ding ist süß. Ey, toll, du hast mich fast umgebracht. Ich? Was habe ich denn jetzt damit zu tun? Ey, Hikari, ich bin da eine halbe Stunde und werde nicht getötet, ne? Ey, 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 ey. Hörst du das? Hörst du das? Boah, ja. Ey, wir haben ein Radio. Ey, geil. Mein Boombox kann die Welt retten. Boah, Alter, lass die Party machen. Machen wir oben Party drauf, Hikari? An der Fahne? Oh, hier sind Pilze. Ah, guck mal, hierfür braucht man eine Schaufel. Warte mal, kann ich eine Schaufel machen? Hier, nimm mal bitte den Kapitänshut. Ich kann eine Schaufel machen eben. Hier, nimm du den Hut. Pack, zieh den mal an. Warte mal. Wie komme ich hier wieder dran? Ja, du hast ihn auf. Nice. Scheiße, ich habe mir was gedroppt und jetzt komme ich da nicht mehr dran. So, ich baue jetzt eine Schaufel. Und sammle das hier auf. Was finde ich hier tolles? Was finde ich hier tolles? Ach, einfach nur Schmutz. Okay. Oh, okay, ein bisschen underwhelming. Jetzt habe ich einfach nur Schmutz im Inventar. Den Nagel will ich aber auch haben. Brauche ich Schmutz wahrscheinlich, ne? Hooray, enough she rises. Ach so, Nägel, Schmutz und Bolzen. Oh shit. Oh nein, oh nein, oh nein. Was? Hab ihn. Hey, catch jam. Boah, wir müssen uns eine Disco machen, Ikeri. Wir brauchen einen Disco-Raum. Gibt es andere Kanäle oder nur das? Wer sendet das? Weiß ich nicht. Nice. Hier liegen Palmsamen. Kannst du dazu wirklich aufnehmen und wieder direkt pflanzen? Weil ich bin faul. Ich muss mal ein bisschen shitlos werden hier. Okay, wir haben jetzt auch Schmutz. Keine Ahnung, wofür wir das jemals brauchen, aber wir haben Schmutz. Hey, du bist ein Stück Scheiße. Lass meine Kartoffeln in Ruhe. Dance moves. On point. Nägelschmutz und Bolzen klickt nach einem Albumtitel? Herbert Grünemeyer. Ach so, das ist dein Metallspäer, der hier drin ist, Ikeri, oder was? Den habe ich ja gefunden, den habe ich gefunden. Hä? Was denn? Hast du gehört? Help us. Help us. Kann man ja mal so. Echt? Ja. Ich ja? Ja. Du hast so ein Radio-Hilfe-Signal. Oh mein Gott. Kann man so, help us. Help us. Oh, das ist ja ein bisschen wie Lost jetzt hier. Ja, jetzt kommt der Rock. Das ist mein Kanal. Alter. Ah, jetzt kommt dein Kanal, Ikeri. Das ist so Musik, die du hörst. Ey, wir müssen immer drei essen. Ikeri, ich will noch ein Essen drauf tun, schnell. Weil, sonst flampern wir mehr Planken, wenn wir weniger drauf tun, weißt du? Ja. Ich fließe. Schöne Fischplatte. Das war eine tolle Insel. Weißt du, was traurig ist? Dass ich selber nicht sehe, wie ich aussehe. Ja. Das ist sehr traurig. Jetzt ist eigentlich die ganze Zeit so Musik. Fertig? Oder musst du noch hier was machen? Alter, das Brett hier hatte nur 5% Gesundheit, ne? Alter, was ist das für ein Autotune? Das klingt jetzt gerade wie so ein indischer Song. So, klingt immer so Inder, die so Musik auf YouTube machen. Da, kommt wieder. Hast du gehört? Help us. Achso, ne, die haben nur irgendwas von Radio gesagt. Ne, die sagen Alpha Romeo. Was haben die? Alpha Romeo Echo? Das ist ein Code. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Alpha Romeo Echo? Oder war da noch was mehr? Na, wir können aber, wir haben nichts, um das einzustellen. Alpha Romeo, ne, ich glaube, man kann damit irgendwas machen, aber wir haben dieses Gerät noch nicht. Vielleicht später mit diesem, mit dieser Antenne und so. I don't know. Gehen wir weiter oder wolltest du noch hier was machen? Äh, ne, I'm ready. Oh, ich muss die Samen wieder einpflanzen. Hey, Keri, du musst dir noch die Samen, ja, genau. Ja, ja, musst du dich nur holen, hatte ich jetzt keinen. Alles guti. Ja, ja, ja. Schön, ja, toll. Schön, ja, toll, super toll. Warum sind unsere Schmelzöfen nicht in Betrieb? Oh, das weiß ich nicht. Sie müssen ständig in Betrieb sein. Hey! Was, ich gehört? Noch einen! Nice. Boah, ich habe ihn auch noch erwischt. Tschau, ich muss weg. Warte. Boah, wir haben richtig schön Essen auf Reserve. Wurde nice, ey. So langsam nimmt das hier richtig Fahrt an. Ja. Ja. Du, 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 du. Haha, die Musik. Yay! Hier fehlt das Kuh und E. Okay. Bum, 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 bum. Okay, was baue ich jetzt als nächstes? Ähm, ich überlege nochmal, ob ich so ein Dings baue. So ein Sammelnetz. Kann ich nochmal craften? Wo soll ich denn das hinpacken? Theoretisch. Hey, da, oh, die sammeln auch die Fässer auf. Geil! Ja, alles. Alles. Oh, gleich, gleich kommt hier richtig viel rein. Nikri, hast du so langsam Bock auf eine zweite Etage? Jau! Können wir machen. Vielleicht können wir da unsere Plantage dann machen. Mhm. Oder halt so auch generell sachensicherer. Ja. Okay, ich könnte eine bauen. Nur die Frage ist, wo bauen wir die hin? Die geht auch über die Netze sogar. Wo bauen wir die Treppe am besten hin? Ich würde sagen in der Mitte, damit das nicht direkt kaputt geht. Ja. Nur wo? Hier am Anker? Oh, ich habe irgendeine Achieve mit dafür bekommen, dass ich so viele Möwen getötet habe. Cool. Möwen töter, Vengo. Boah, richtig schön. Hier kommen langsam immer mehr Planken rein. Hey, ich war da gerade beschäftigt. Ich bin doch schon wieder weg. Wo bauen wir denn hier hin? Ach, da brauchen wir glaube ich erst eine Holzsäule oder so oder was? Damit wir hier bauen können. Könnte sein. Ja, wir brauchen erst Säulen. Stimmt. Alter, die sind teuer. Ja. 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 Ach so, ich brauche. Und immer Kunststoff. Ich mag dieses Geräusch. Ah, hier ist es. Wie geht es noch weiter? Holzboden. Ein Holzboden kostet einfach nur Holz, aber dafür vier. Oha, vier Stück. Scheiße. Ey, wie viele Planken man für alles jetzt braucht, ey. Oh mein Gott. Das wird jetzt ein richtiges Grinde. Ähm, hier ist eine Insel. Ob man mich hier ankern kurz? Ja. Vielleicht gehen wir einmal kurz drauf. Gar nicht, was gar nicht bemerkt. Oh, cool. Hey, denkst du es echt cool, was du hier gemacht hast? Ja. Dann können wir da erhöht bauen und dann können wir da Sachen bauen, die der Hai nicht anfressen sollte. Und da sowas irgendwie. Alles Mögliche. So. Holzboden, meinst du? Ah ja. Oder Hai. Der könnte gleich tot sein, der Hai. Vielleicht beim nächsten Schlag schon. Achso, dann brauchen wir wieder... Bär. Boi, Kapitän. Boi, Kapitän. ist immer cool. Oh, ich habe wieder ein Fischeintopfrezept. Hoffentlich ist das ein anderes. Dieses Mal. Oh, nee. Aber mehrere verschiedene Fischeintöpfe. Voll geil. Okay. Ich habe nicht gerade extra Platz gemacht. Achso. Sind die Samen. Hey, ich muss erstmal zurück... Ich muss nochmal zurückkommen. Mein Inventar ist total voll. Jo. Ich habe noch nichts mit meinem Bogen abgeschossen. Wir denken, man hat auch mal Zeit. Den Bogen kann man, glaube ich, auch unter Wasser benutzen. Ja. Warte mal. Ja, ne? Ich kann auch nochmal den Hai kaputtieren jetzt. Okay. Hai ist tot hier, Carrie. Hai ist tot? Ja. Okay. Wenn du jetzt ein bisschen rumtauchen willst. Ja, ich tauche ein bisschen nach hinten rum und hole da den Schrott eins. Ich habe IP. Waaah. Hier ist leider nicht so viel. Ah, das ist dasselbe Rezept. Dann hole ich das mal weg. Schade. Genau dasselbe. Genau dasselbe. Ey, vielleicht spawnt der Hai ja nicht neu, wenn wir den, ähm, nicht looten. Weißt du, was ich meine? Ach so? Ne, ich glaube... Also, keine Ahnung, aber... Hm. Ich meine, nur vielleicht. Müssen wir mal testen. Hallo? Hallo? Okay. Dein Stream funktioniert noch, Alter, dein Internet. Keine Sorge. Okay. Gott sei Danko. Danke. Ach, du hast schon hier weitergemacht. Ah, okay. Nice. Ein paar Planken hatte ich, aber leider jetzt keine mehr. Wir müssen gleich wieder weiter für Planken. Hast du ein bisschen sowas gesammelt hier? Sollen wir weiter? Wir können weiter. Wir können weiter. Ah genau, ich muss was essen. Alter, muss das Auto-Tune-Radio-Sender auch noch sein, ey? Mein Gott. Das ist so Musik, die Marco in seinem Stream anhat, Alter. So. Da wieder. Ich dachte immer, der sagt Alphelpers. Was brauchen wir denn jetzt am nächsten? Noch Metall, Erz haben wir wenig. Elfer, Romeo, Echo. Okay, sollen wir weiter? Jo. Okay. Ist das jetzt Gothic? Was machen wir dann jetzt hier? Mach ich die noch drauf? Jo. 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 Was bauen wir denn jetzt oben hin? So, ne, mal schauen. Jo. Wir können uns auf jeden Fall oben auch so Kabinen mit Türen machen zum Pen. Ja, Plantagen würde ich jetzt auf jeden Fall da oben machen, oder? Oder nicht? Können wir nachher machen auf jeden Fall. Oder lassen wir die hier? Also ich meine jetzt erstmal würde ich die hier lassen. Ja, okay. Zumindest solange da noch die Bäume dran sind und so. Hier in der Mitte sind die ja safe. Jo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.